seid gegrüßt liebe freunde ich hoffe euch geht soweit gut ich komme jetzt hier in der finsternis ich bin jetzt gerade erst nach hause gekommen wir schreiben jetzt ungefähr halb neun ich habe heute noch gar nicht hier rein geguckt weil ich den ganzen tag unterwegs war und ich bin sehr gespannt was jetzt hier auf mich wartet und zwar ich habe schon handschuhe an auch schon was grünes gesammelt ich habe nur einmal kurz um die ecke geguckt und siehe da er sieht flauschig aus sage ich mal also wenn man das sieht ist der erste verdacht da das alles weit funktioniert hat ich sehe hier auch ein bisschen blut dort seht ihr dort hinten ich will sie auch nicht so richtig verschwecken also gar nicht verschwecken aber ich muss gleich dass man die mutti sperre einbauen denn sie wirkt ein bisschen nervös muss ich sagen das ist jetzt drinnen hier musste gerade noch mal umdrehen ich muss mir dafür mal was anderes ausdenken hier denn das ist nicht so vorteilhaft denke ich habe schon was grünes gesammelt für sie auch von gestern noch sieht ihr da ist auch noch was übrig geblieben die hat hier noch gar nicht viel gegessen einmal versuchen den geruch an mein handschuh zu bringen sie kennt das schon sie war schon einmal mit dabei ist aber trotzdem nicht so begeistert sage ich mal ein bisschen hier hier ein kram hier ist dein essen so ich bin sehr gespannt muss ich ganz ehrlich sagen was uns jetzt hier erwartet sehr schön das letzte mal hatte sie ja in dem stag hier bekommen und diesmal hier also so liegt da oben was hat sie was zweites geworden so sehr gespannt ich sehe schon was geschecktes hier also erscheint dass diesmal nicht nur weiße beim letzten wurf kamen nur weiße bei rum sage ich mal das sieht aus als wenn hier weniger wären das haben wir hier 1 2 3 ein interessantes 4 5 6 7 7 sind es das heißt wir könnten mal gleich gucken wie wie es bei der anderen aussieht dann eventuell ein paar mit runter nehmen unterschiedlich große kaninchen hier welche die ganz klein waren und welche die schon ein bisschen größer waren sie hat das hier nicht so gut weg gemacht hier ist noch ein bisschen blut und ähnliches großartig jetzt herum doktoren denn sie weiß eigentlich was sie hier zu tun hat ja das sieht schon mal sehr gut aus jetzt gucken wir mal bei ihr wie es hier aussieht ich werde mal meine handschuhe wechseln und euch dann wieder mit dazu nehmen so ein schluss gewechselt dann wollen wir jetzt auch mal ganz vorsichtig in die mutisperre rein bauen ganz elegant hier ich habe hier gestern eine menge reingelegt da war von rotkohl über normal kohl bis hin zu diesem teilen hier mir fällt irgendwie der name nicht ein hier und auch noch ein bisschen banane diesmal keine schale sondern normale banane und sie hat alles weg gehauen hier so ihr heute ist hier schon ein bisschen doch noch nicht so muss ich hier noch alternativ im dreck rumwühlen sage ich mal sehr schön seid ihr auch gespannt was jetzt auf uns wartet das ist immer so der moment der wahrheit entweder ist alles gut oder wir holen gleich was totes raus das dann immer nicht so gut wäre ich höre schon kleine geräusche hier sage ich mal ich packe das mal hier so ein bisschen zur seite also da sind sie die volle pracht sage ich mal so was haben wir denn hier wahrscheinlich nur ob die hier ganz dürre sind einmal gucken dass ich die dann vielleicht nach unten packe drei vier fünf sechs sieben die sehen noch nicht gefüttert aus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, alle da, alle noch am Leben, aber die sehen noch nicht gefüttert aus hier. So, ich packe das mal hier so ein bisschen rein. 10, 10, 11 packe ich mal hier rein. Und die drei werden wir jetzt einmal nach unten geben. Dann hat sie hier 11 und die andere hat 10. So, eine spannende Operation, sage ich jetzt mal hier. Ich verwühle sie mal so ein bisschen, damit die auch den Geruch von den anderen Kaninchenbabys annehmen. So, sehr schön. Optimal. Zack, wir machen hier einmal zu. So, dann hat sie jetzt hier nur noch 11 Stück hier. Drei habe ich dann rausgenommen. Und die sind zu ihr hier gegangen. Es scheint, dass sie ihre Kinder hier noch nicht gesäugt hat. Da war jetzt noch keins dabei, wo ich sagen würde, äußerst kritisch. Eventuell hätte sie es auch so durchgekriegt. Aber jetzt bietet sich ja die Situation hier auch an, dass bei ihr hier jetzt nur 7 und sie ist in der Lage mehr Kinder durchzukriegen. Von daher, warum riskieren? Ich denke, 11 sollte eventuell möglich sein. Gucken, ob sie sie jetzt wieder sorgen wird. Und bei ihr hier, mal schauen, mal schauen, ob sie die so annimmt. Ich lasse das jetzt erstmal noch zu, für eine gewisse Zeit. Damit sich der Geruch dort dann auch absetzt, sag ich mal. Bei denen. Zack, ich wechsle kurz mal meine Handschuhe. So, Handschuhe ist gewechselt. Einmal hier noch reinfassen. So, zack. Damit alles gut sein wird hier. Auch wenn sie wahrscheinlich das mitbekommen. So mache ich das doch immer wieder. So, einmal gucken. Also da sind jetzt 3 quasi, die ein bisschen älter sind. Man wird das wahrscheinlich hier jetzt gar nicht mehr so richtig mitkriegen können, wer jetzt was ist. Außer, dass die vielleicht einen Tag früher alles anfangen als die anderen. So. Ich denke, das ist in Ordnung hier. Zack. Wenn wir das ganze Fell, was hier noch so rumliegt, ein bisschen da drauf. Sehr schön. Optimal, würde ich sagen, jetzt hier. Zack, einmal ausziehen. So. Also, das wäre geschafft. Sie hier hat heute quasi am Tag 32 der Trächtigkeit 7 Junge bekommen. Ich habe ihr jetzt 3 Stück von der grauen Hesen dazu gepackt. Sie hat am Tag 31 ihrer Trächtigkeit, also gestern, 14 Jungen bekommen und hat jetzt noch 11. Das heißt 11 sind hier oben und 10 sind hier unten. Ja, ich hoffe, dass das so weit funktioniert, dass sie die auch so annehmen wird. Und wir lassen jetzt die Mutti-Sperre jetzt noch eine gewisse Zeit drin, damit der Geruch sich so ein bisschen an die Jungen ran haften kann, sag ich mal. Und dann schauen wir mal, ob sie die annehmen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es so sein wird. Ist natürlich immer so ein Risiko. Am besten, man macht gar nichts und lässt alles so wie es ist. Aber hier ist tatsächlich nicht ganz klar, ob die 14 durchkommen. Und wenn sich dann hier schon so etwas ergibt, dass eine andere Mutti im Prinzip hier nur 7 hat und die definitiv in der Lage ist, 11 durchzukriegen, weil sie schon einmal bewiesen hat. Dann ist der Gedanke doch eigentlich gegeben, dass man sagt, komm, wir schichten ein bisschen um. Wir nehmen dann drei von ihr hier, weil es auch ihr erster Wurf ist und packen es dann mal nach da unten, damit das ein bisschen entspannter ist. Wie lange lasse ich das jetzt hier? Ich werde jetzt gleich erstmal rein das Video schneiden. Das wird jetzt eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und ich denke mal, wenn ich nachher rausgehe und hier Futter gebe, das wird so in ungefähr drei Stunden ungefähr sein, dann nehme ich das auch heraus. Ich denke, in der Zeit wird der Geruch sich verteilt haben aufs ganze Nest, weil da ja welche fremdartig für sie riechen. Aber ich gehe davon aus, dass das so funktionieren wird. Also sehr spannend, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie noch ihre Jungen füttern wird. Ich werde nachher nochmal stichprobenartig ein, zwei rausnehmen, um mal zu gucken, ob sie da schon irgendwie etwas geleistet hat. Aber sonst, gestern hat es sehr gut funktioniert. Mal schauen, wie das dann sein wird. Ja, ich denke, wir sind zumindest für heute zum Ende des Videos gekommen. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal. Schreibt das in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.